Guten Morgen. Wir sind heute dabei, unseren Stahlträger einzuziehen. Also ihr habt es ja schon wahrscheinlich gesehen in einem unserer anderen Videos. Wenn nicht, wir verlinken das vielleicht nochmal. Da haben wir hier den Stahlträger abgeladen vom Lkw. Scheiße, dass wir den jetzt wieder aufladen müssen, sonst könnte er einfach wegfahren. Weißt du, ich könnte drehen. Das ist nicht geil. Guck dir das mal an hier. Hier soll der rein, der Stahlträger. Da, wo jetzt, da stehen jetzt noch so Stützen und so und Joche, die jetzt hier die Decke halten. Das soll dann der Stahlträger machen. Hier liegt er jetzt und der grobe Plan ist, das ist der ganz grobe Plan, er muss durch dieses Loch. Siehst du das Loch da oben in der Wand? Da muss der Stahlträger durch. Und ob uns das gelingt und wie das überhaupt geht, das seht ihr dann jetzt im gleichen Video. Also bleibt mal dran, nicht? So, los geht's. Äh, okay. 32, 30 ist er hoch, ne? Ja. Das Knäppchen. Wird noch da drauf. Wird nicht. So hoch. Ja. Beide sind unten in der Halle. Simon, du hast übrigens eine richtig fesche Hose an, muss ich sagen. Lecker, Simon. Lecker ist das Wort, nachdem ich drei Sekunden gesucht habe. Muss man eine Wasserwaage dran halten? Oder wie ist das? Oder so genau ist das nicht wichtig? Achso, wir machen die gar nicht aneinander fest. Na ja doch, am Ende ja doch. Naja, das ist mir zu komplex hier. Haben wir eine Wasserwaage eigentlich auch? Haben wir, haben wir tendenziell. Ich weiß nicht, aber die ist vielleicht auch ein bisschen eingefroren da hinten. Ja, die ist, glaube ich, ein bisschen eingefroren. Ja, der ist auch eingefroren. Was mir auch noch einfällt, ist, wir werden wahrscheinlich gar nicht durch das Tor da hinten kommen. Da müssen wir so den einen Balken da wegnehmen. Die kommen jetzt hier klar, die Männers? Was denn? Wir können jetzt die Maschinen, oder? Ja. Bitte? Ja, ja. Der Radlader muss den Bagger ziehen. Wie wäre es denn, Max, bevor wir ihn jetzt absägen und kommen dann doch nicht hierher, bei irgendeinem Schnee und was weiß ich was? Wenn wir erst hierher fahren mit Radlader und Bagger und dann in der Situation hier dann sägen. Was hältst du denn davon? Das wäre doch ein Kompromissvorschlag erst mal, oder? Also dieser, den würde ich hier auf jeden Fall absägen. Aber der ist auch tot. Also der hat schon, der fängt ja an zu frauen. Das ist jetzt kein Verlust. So. Ich würde dann übrigens den auf der anderen Seite mit absägen, den. Weil der Baum, den geht es nicht gut so, dass man es einseitig absägt. Dann den Bagger erst mal den Haken dran machen. Ja, ja. Das macht man zu zweit. Das ist ein sehr großer Spaß, wenn es so kalt ist. Na, ich verstehe. Mal gucken, ob der jetzt sich überhaupt bewegt. Naja. Es kann auch sein, dass wir den mal 10 Minuten laufen lassen müssen, weil das Grauligöl so dick ist. Ja, ist klar. Ah, ist halt schön. Es ist richtig Spaß hier. Und die springt jetzt trotzdem an, die Maschine? Das werden wir gleich sehen. Das weiß man nie so genau. Das ist tagesformabhängig im Grunde genommen. Das machen wir, wenn das Ding jetzt nicht angeht. Dann bringen wir es irgendwie zum Laufen. Warte mal, warte mal. Warte mal, Max. Warte mal, Max. Das kann man wohl nicht machen. Was machst du jetzt? Ich dreh jetzt hier. Das hat immer geklappt. Jetzt. Okay, warte, warte, warte. Jetzt. Scheiße. Jetzt. Nee, warte, 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 warte. Äh. Er rückt nicht aus, der Ficker. Nimm mal die Finger da raus. Ja, das ist... Das bringt... Jetzt. Oh, no. Dreht der diese Riemen alle mit? Ja. Das spricht. Hey. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Batterie? Ja. Mehr Dampf. Die Lkw-Batterie? Okay. Hast du ein Überbrückungskabel irgendwo? Nee. Ich kann nicht über Brückungskabel. Naja, aber doch nicht hier für... Ich habe hier für so eine japanische Einkaufstasche habe ich so ein Starterkabel, aber doch nicht hier für so eine... Booster oder was? Der Booster, der... Ja, der... Nee, der... Ach, der Booster, der ist sowieso mit durch. Aber ich habe eine Lkw-Batterie. Die ist voll. Ich denke ja. Aber die muss man jetzt trotzdem überbrücken. Die können wir jetzt da nicht einbauen. Also jetzt diese Schellen da zu lösen und diese Batterie zu tauschen bei dieser Kälte ist... Naja, ich weiß es doch, Max. Spann dich doch. Bitte. Ich bin nicht spannend. Und wir können ja auch nicht irgendwas bisschen warm machen mit Luft irgendwie, dass irgendein Öl warm wird und das dann leichter sich dreht alles oder so? Nee, das ist alles Quatsch. Also schon. Ja, okay, warte. Okay. Also ein großer Dieselmotor, wenn der so kalt ist, der wird sehr schwer gedreht und der lief jetzt auch nicht viel in letzter Zeit. Also die Batterien sind auch relativ leer. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Okay, so. Jetzt brauchen wir ein Kabel, ne? Ja. Das ist auch ein Kreuz. Henry, du so als ordentlicher DDR-Bürger, du hast doch bestimmt ein Überbrückungskabel in deinem Auto, ne? Ein Starterkabel? Wusste ich's doch. Und wir haben hier aber sowas nicht, ne, Max? Nee, vielleicht können wir das mal kaufen. Ich meine, ich hätte schon dreimal sowas gekauft. Das hat jetzt hier alles von wenigen Temperaturen oder wäre das so oder so jetzt hier ein bisschen verzwickt? Naja, das wird sowieso ein bisschen verzwickt, weil der Bagger muss halt hier durch so ein unübersichtliches Terrain fahren. Das ist nicht so ganz leicht. Aber die Temperaturen erschweren natürlich die Arbeit mit den Maschinen jetzt hier, ne? Das sind ja alles irgendwie alte Maschinen. Das heißt, die sind nicht mehr so richtig hundertprozentig in Shape. Und da gehen manche Sachen sowieso schwer zu lösen und wenn die dann auch angefroren sind, dann geht's ganz beschissen. Kommt nicht, ne? Du musst also Rohrzeichen. Aha. Das ist schon mal gut. Ich finde aber eigentlich diese Hydraulikkupplung sehr gut, diese Schraubkupplung. Ja, die hat vorm Nachteil auf jeden Fall. Der ist eingefroren hier wahrscheinlich. Jetzt kriegst du's sowieso nicht weg. Und jetzt! Und jetzt! Und was denn? Warum denn? Wenn das hier kaputt gedrückt wird, dre ich durch. Was denn? Ich drück doch hier nur hier! Ja! Dann drück doch nicht kaputt! Wie verrostet ist seine Karre denn? Hör mal! Max, warum hast du Pokémon-Karten im Auto? Komm und schnapp sie dir! Bei allem, was ich auch tu! Pokémon! Warum kenn ich diese Melodie? Siehste? Ganz schlimm, Alter! Ganz schlimm! Komm! Komm! Stopp! 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 Ja, aber jetzt haben wir hier ein Loch. Das ist auch nicht geil. Ja, das war doch klar. Das ist ein Zeichen hier drin. Ja. Pass auf, wir müssen jetzt, jetzt kann er bremsen, wir hängen ab, dann kommt der Radlader dahin, wo er hin muss, wir sägen den Baum ab und dann muss er mit Schwung vom Hang hier in seine Endposition fahren. Das hätte ich mir viel komplexer vorgestellt, hierher zu fahren. Mit ziehen und noch Trecker und noch dies und hier noch ein bisschen. Müssen wir wirklich hier absägen? Wenn du drunter reinfährst, reicht das nicht? Weiß ich auch nicht. So natürlich nicht, aber wenn er den Arm ein bisschen runter macht. Wir müssen ja hochheben. Dann hebe ich den mal mit dem Radlader weg, wa? Jetzt müssen wir einen Schritt weg gehen. Jetzt geht's los. Jetzt fährt er hier, jetzt muss er hier reinfahren. Wahrscheinlich mit ein bisschen Geschwindigkeit, damit er hierher kommt. Ah, da ist, ah ne, ne, ist okay. Wir machen es auseinander, du fährst hoch und dann zusammen und dann hältst du die. Ach so, ich soll, ich soll. Zwischen die Flanke, dann kann er sich auch nicht wegdrehen. Dann muss ich das ja da oben irgendwie zusammen machen wieder. Ja, tut du mal hin, deshalb haben wir nicht weiter da. Ja, machen wir. Max hält so lange hinten. Machen wir, ja. Ich kann jetzt nicht mehr höher, ich kann nur noch ankippeln. Ich kann nicht mehr höher. Weiter. Simon, weiter. Aber ich kann nicht mehr höher mit der, das ist maximal ausgefahren. Das ist die Scheiße, wenn kein Baukran da ist. Der Baukran ist superior, verstehst du das? Ist so. Mann, ey, das ist scheiße. Ich lege jetzt einen Klotz unter die Zinken und kurze das fest, weil du bist zu niedrig, also du hast nicht die Höhe hier. Ja. Du bist zufrieden bis hierhin? Ja, also dass wir überhaupt den Bagger hier hergekriegt haben bei der Witterung, das ist schon mal eine geile Situation. Jetzt haben wir halt das Problem, das konnten wir nicht ausrechnen, dass die Gabel reicht nicht hoch genug, sodass wir den jetzt hier entspannt reinschieben können. Deswegen müssen wir sie jetzt unterfüttern, die Gabel vom Radlader mit Holz und dann schiebe ich den hier so einfach rein. Das ist der Plan, ob das klappt, das weiß ich noch nicht, aber bis hierhin hat erstmal alles geklappt. Wie spät ist es denn überhaupt? Naja, ist auch schon um 12. Ne? Wir haben noch ein bisschen was vor. Wollen wir mal sehen. Ich glaube, ich komme irgendwo gegen beim Schieben gerade. Sind wir schon auf den Jochen? Auf zwei Rollen sind wir jetzt. Auf zwei Wänden quasi, auf den beiden Wänden. Nein! Simon! Ich drücke gegen das Teil und das drückt weg. Du bist gerade mit deinem Rad vorne im Hügel, sobald du fährst, hebt er an und drückt gegen die Bauer. Ich habe eher das Gefühl, dass der Stahlträger irgendwo nicht läuft frei. Läuft perfekt. Okay, gut, okay. Also der Gurt kommt jetzt ab, damit du den nicht nach unten ziehen kannst, weil du ja über Unebenheiten jetzt fährst. Er ist jetzt so stabil im Haus, dass man ihn quasi einfach noch schieben braucht. Geil! Also, zu großen Zeiten ist er drin. Weißt, wenn der hier irgendwie, der hat ja dann, wenn der eine Tonne wiegt, der Stahlträger, der hat einen riesen Hebel, der kann hier irgendwelche, wenn der runterrutscht, dann reißt er eine Mauer weg oder so und das ist nicht passiert. Das ist schon mal sehr positiv, aber jetzt gehen andere knifflige Situationen los. Jetzt müssen wir ja hier drin den irgendwie bewegen und in die endgültige Position verholen. Das wird nochmal ein wenig Stress und Anstrengung. Ja, ich sitze einfach nur im Radlader und ist dann hoch, runter, rechts, links. Also. Runter, runter, runter. Abkippen. Wie viele fehlen denn in der Höhe? Wir brauchen noch mindestens eine mehr Höhe. Fünf? Ja. Dann muss das Rohr da. Schieben und hoch. Bremse. 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 Du solltest ihn nicht zurückrollen. Du darfst auf keinen Fall zurückrollen. Du darfst auf keinen Fall zurückrollen. Bannung ran und dann Bremse. Jetzt Bremse. Ja und Stopp. Jetzt packen wir die runter. Keine Kippen. Ne, ist vorbei. Verbeien. Aaaaah, Freunde, das ist noch nicht. Zwei Mann da, auf die Leiter, so hingestellt, dass es innerhalb gut greifen kann. Was ist denn das hier eigentlich wie keiniges Zeug, Alter? Hör mal auf jetzt! Gleich springt hier noch eine Ratte raus, irgendwie. Wir können! Rot, die Leiter! Nein! Ui! Rot, die Leiter! Jetzt! Rot, die Leiter! Stopp! Die Zwinger ab! Rot, die Leiter! Okay! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Halten wir hier noch! Stopp! Boah, ich hab voll den Bauch in den Ärmel! Im Grunde genommen, das sind hier vorne zehn Zentimeter, ne? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Soll ich halten, dass die Latte nicht in den Griff? Reicht doch schon! Schon zu viel! Das ist zu viel! Das ist genau so viel! Gut! Festgemacht! Und wieder die Latte! Jetzt! Und jetzt langsam vorwärts! Geh! Langsam! Weiter, 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 weiter! Und Stopp! Sehr schön! Ist er drin? Ja, ist drin! Das ist schlecht! Weil das schlag ist! Ja! Guck dir den Meiselherr hier doch! Na ja, warte mal, wir haben doch glaserdingsbumst! Ja, aber da wusste ich noch nicht, dass der 8,90 m ist! Ich hab uns von 8,75 m gehört! Ja, wir haben uns von 8,75 m gehört! 8,75 m wäre halt genau das, was ich bestellt hätte! Habt ihr falsch verstanden? Achso! Markus wusste ja, dass er 8,90 m ist! Ja, ja! 8,90 m! Ja gut, das war vorher alle... 8,90 m steht in der Statik! Was soll ich denn machen? Alle sind von 8,90 m, aber alle haben es gewusst, aber na ja! Aber er schiebt sich ja, er geht ja jetzt noch rüber! Wir müssen halt nur Steine wegnehmen! Ja! Der Stänger liegt ja noch hier! Ja! Dann nimmt er eben die Steine weg! Markus ist nämlich erst der Stoßer! Ja, das ist doch kein... Die Sache ist die! Die Wand, auf der er da hinten aufliegt, ist eine 36er Wand! Und die Statik, die berechnet wurde, für diesen Träger, als statischen Nachweis, geht von dem 36er Auflager auch aus! Das heißt, dann hätte er ja durch die Wand durchgemusst, nicht wahr? Deswegen habe ich 8,90 m den Träger bestellt! Jetzt haben wir uns aber entschieden, ihn nicht dort durchgucken zu lassen! Aufgrund thermischer und ästhetischer Bedenken! So! So, jetzt ist es okay hier! Jetzt muss er rüber! Wir wollen mit der Kante hier, die Kante hier, soll hier sein! Und dafür muss hier noch ein bisschen was weg! So, das ist schon mal gut! Ja! Ja! Ja, ja! So, jetzt... Jetzt müssen die Steine weg, Marco! Steine noch weg, dann! Ne, die... Ja, das muss aber aufwächst, sonst rollt er nicht, ne? Die Rolle wird lose hier irgendwie! Er kippt jetzt... Er kippelt über die letzte Rolle, die da hinten! Die Rolle muss raus! Ganz entspannt, Marco! Das ist jetzt die Situation, wo wir entspannt werden! Ich könnte ihn doch jetzt noch ein Stück rüberschieben hier, oder nicht? Okay, kommt nicht! Kommt nicht! Da ist Dreck vor der Rolle, ich sag's dir! Wozu hab ich das halbe Haus abgerissen? Das fragen uns alle! Das heißt, jetzt ballern wir ihn auf dem Joch unter die Decke! Ja, erstmal muss hier der ganze Dreck weg, weil er so übersteht! Ja, ja! Das Ding sitzt, Marco! Ja! 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 Aber jetzt ist... Ist alles dran bei euch? Hat alles gehalten! Sehr gut! Niceer Scheiß! Geil! Niceer Scheiß! So geht er! So geht er! So, Freunde! Also, mir ist ein Stein bzw. ein Stahlträger vom Herzen gefallen! Er ist drin! Das Monstrum ist hier in dem Haus jetzt hineingebracht! Ja! Wir müssen jetzt noch ein bisschen die Decke sauber machen und dann drücken wir den hier noch mit Wagenheber richtig unter die Deckenbalken und dann der Meister Klabunde, der mauert dann da schön noch alles und so schickimicki! Aber das war jetzt so das Wesentliche! Und jetzt ist das Licht gleich vorbei! Deswegen müssen wir jetzt hier Schluss machen mit dem Video! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Es war ja auch ein bisschen mit erhöhtem Ruhepuls heute von mir! Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen weniger gesagt als normal dazu! Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei! Lasst doch mal ein Like da! Ihr könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr selber schon mal so einen Stahlträger eingezogen habt! Wie das bei euch gelaufen ist, wie ihr das gemacht habt! Ja, mit dem Baukran wäre es besser! Ich weiß! Aber ich denke, wir haben uns heute ganz gut beholfen! Genau! Und abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video! Tschüss Freunde! Schresg온 mand Timbrand Tschüss! Vielen Dank.